Die Fahrer sind schon oben auf dem Stand drauf, wir sind unterwegs, wir starten, die Helfer bitte zügig, alle Helfer zügig und runter von der Bahn. So, langjähriger Fahrer, hier kann man es schon sehen, die beiden Fahrer rechts außen, die kennen sie schon sehr gut. Einer von den beiden wird mit Sicherheit wieder die Fahrmitglieder nicht ganz stark voraus, oder die ganz einfach die schnellsten Rundensäulen brengen. Musik 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 Und weil die Geschwindigkeit mit einem Auto, der mit 30, 40 Beweif ist, das kann man nicht mehr erkennen. Ich hoffe, dass sie gleich in andere Gruppen reinkommt. Das ist wichtig, wenn ein Auto, der dort und ein, wenn das Verschalter, das festgestellt hat, dass ein Fahrzeug manipuliert braucht ist, da baust du nur letztes Jahr eine Formel 1 an.